Markus, das freut uns natürlich sehr, dass du dir das Nählausch in deiner Heimatgemeinde das Fass auch zum Stehen, aber zwei Fragen habe ich schon noch, die muss ich dir stellen. Erstens, wie geht es dir? Und zweitens, haben wir im Winter noch ein bisschen Gas und Strom, dass wir ein Bier brauen können? Also Strom und Gas haben wir genug. Natürlich nicht einfach, das wissen wir, aber wir werden uns darum bemühen, dass das über dir hinhaut. Von mir geht es ausgezeichnet und jetzt werden wir einen ordentlichen Bieranstieg machen. Fürs Fraschtanzerbier, fürs Bockbier und noch mal schauen, wie es schmeckt. Bravo! Wir werden dich alle dabei unterstützen. Markus, der Laurin riskiert seine Finger, wie immer. Das gehört zum Braumeister dazu. Und Gläserbrümer auch noch. Und den zählen wir alle gemeinsam ein. Vielleicht kriegen wir noch einen Trommelwirbel. Wir zählen rückwärts von drei nach eins. Drei! Zwei! Eins! Und rauf! Jawohl! Das Bockbier 2022 ist angestocken! Und der Landeshauptmann Schaukörigus! Souverän wie immer. Gratulation unserem Landeshauptmann. Angestocken wie ein Profi. Souverän wie ein Profi. Die Laufissance der Regenstено-Güßchen. Auch eine Persönlichkeit der Regenstabe. Unsere Bezились. Abonniert den Schaukörigus! Vorab Например. Hier wird es ein Schwierbe. Wir kommen, bis sie zu verlehen. Wir kommen, bis sie zuuerện. Wir kommen, bis sie zu kurzem. Wir kommen, bis sie zu uns. Ich bin. Wir kommen, bis sie zuje. Wir kommen. Wir kommen, bis sie zu viel. Wir kommen, bis sie zu viel. Und wir kommen. Wir kommen, bis sie zu viel. Untertitelung des ZDF, 2020